Freistoß wird ausgeführt. Der Tor! Die Entscheidung! Das muss die Entscheidung sein! In letzter Sekunde! Dieses Tor ist allemal eine Wiederholung wert, oder liebe Zuschauer? Und da merkt man natürlich, dass der gute Mann bei den Freistoßen eine extra Einheit eingelegt hat. Unglaublich! Besonders natürlich noch in der Wiederholung. Für solche Momente, da lieben wir den Fußballer. Das war's. Das war's. Akeem hat gedacht, dass er es zu haben, aber er hat es so viel Zeit und ein bisschen Schwerf. Auf der Seite. Und wir haben noch einen Blick auf das Ziel. Atau, Atau, Atau! Atau, 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 Atau! Atau, 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 Atau! Atau, Atau! Atau, Atau, Atau! Atau, Atau! Atau, Atau! Atau! Atau, Atau! 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 Atau!